Hi und hallo Anhänger des Spielkurs, ich begrüße euch zum neuesten Weekly. So, was gibt's diese Woche hier zu sehen? Unter anderem landet eine Stadt im Shaker, wir erkunden eine neue Welt und begeben uns ins Wunderland. Also dann legen wir los. In dieser Woche neu von uns getestet, Shake That City. Da ist der Titel des Spiels gleichzeitig das Motto, denn tatsächlich erschütteln wir uns unsere eigene Stadt. Jeder besitzt da anfangs ein leeres Tableau, alle Tableaus sind am Tisch in dieselbe Richtung ausgerichtet und mit Aufträgen am Rand versehen. Herzstück des Spiels ist der Shaker, in dem eine Menge an farbigen Holzwürfeln gefüllt wird. Dann wird dieses Gerät einmal durchgeschüttelt und anschließend auf die Auswurf-Taste gedrückt. Der Shaker lässt so neun zufällige Würfel in einen 3x3-Raster fallen. Der aktive Spieler sucht sich eine Farbe aus und blockiert sie für alle anderen Personen am Tisch. Die passiven Spieler wählen nun aus den restlichen Farben jeweils eine für sich aus, wobei auch mehrere dieselbe Farbe wählen dürfen. Jeder erhält dann entsprechend viele Stadtplättchen in der gewählten Farbe und muss sie auf leere Felder des eigenen Tableaus legen, allerdings in exakt der Formation, die das Raster vorgibt. In einer Variante müssen dabei auch noch die Aufgaben der Baustellen erfüllt werden, damit diese vom Plan verschwinden. So wandern dann zunehmend mehr Plättchen aufs eigene Tableau. Und diese können dann dazu beitragen, die Vorgaben der Randaufträge zu erfüllen. Vor allem liefern sie aber am Spielende Punkte nach ihrer Art. Straßen bringen Punkte, wenn sie mit dem Rand verbunden sind. Parks bringen Punkte neben Wohngebäuden oder Fabriken, Fabriken neben anderen Fabriken oder Straßen. Geschäfte müssen ebenfalls an Straßen angeschlossen werden, bringen aber umso mehr Punkte, je weiter sie in der Mitte des Tableaus liegen. Wohngebäude bringen Punkte für einzelne Gruppen, daran angeschlossene Fabriken verhindern wiederum diese Punkte. Über ein Zusatzmodul lässt sich dann auch noch mit Joker-Würfeln spielen. Oder die Tableaus werden auf die Rückseite gedreht und bieten dann noch einmal neue Wertungsoptionen. Shake That City reiht sich in das Genre der Spiele ein, bei denen man durch geschicktes Platzieren von Karten oder hier Plättchen verschiedenartige Wertungen auslöst. Das sind so Spiele wie Ökosystem oder Tiny Towns, um nur zwei Beispiele zu nennen. Grundlegend ist diese Art des Dilemmas, dem wir uns hier stellen müssen, also nicht neu. Da gilt es stets die besten Positionen für die Plättchen zu ermitteln und alles klug zu kombinieren. Man sollte also sämtliche Wertungen im Blick behalten und nicht leichtfertig Punkte verschenken. Solche Optimierungsaufgaben, ja man könnte auch Legepuzzle dazu sagen, gefallen mir persönlich ja immer schon gut. Der Shaker ist dabei ein praktisches Gimmick, der meistens auch gut funktioniert. Ja, manchmal kann es da etwas haken und man kommt unabsichtlich zu früh auf den Auslöser. Da muss ein zweiter Schüttelvorgang her, geht aber schnell. Ja, klar, man hätte das auch mit Steinen, die man aus einem Beutel zieht, lösen können. Aber mit dem Shaker geht das schneller und irgendwie ist es natürlich auch spannender so. Dadurch, dass alle Tableaus immer dieselbe Ausrichtung haben und jeder aus einem anderen Blickwinkel aufs Raster schaut und die Formationen entsprechend verbauen muss, haben alle stets dieselben Voraussetzungen und Chancen. Dennoch gibt es natürlich auch einfach Glücksfaktoren, die man nicht beeinflussen kann. Der jeweils aktive Spieler hat in seinem Zug kleinen Vorzug aus allen Farben die beste herauszupicken. Brauche ich dringend Straßen und erhalte sie in passiven Zügen nicht, weil der jeweils aktive Spieler sie mir wegschnappt. Dann muss ich hoffen, selber welche zu erschütteln, wenn ich aktiver Spieler bin. Gelingt mir das denn nicht, kann mich das auch mal Punkte kosten. Es ist also klein Optimierungsspiel aus dem gegebenen Das Beste machen, kein pures Denkspiel. Wer so etwas spannend findet, erhält mit Shake Dead City in beiden Augen ein schönes Spiel, in dem ich gute sieben Punkte attestiere. Ja, sogar acht, wenn mit den Zusatzmodulen gespielt wird, mit denen der Anspruch bzw. die Möglichkeiten im eigenen Spielzug noch gesteigert werden können. Eine ausführliche, separate Videoreview gibt es auf unserem Kanal. In Settlement erkunden wir neues Land und versuchen mit unseren erschaffenen Siedlungen die Konkurrenz zu übertreffen. Nach der Wahl eines Artefakts gibt es dann in den Spielzügen einer Runde verschiedene Aktionsmöglichkeiten, die sich durchs Einsetzen einer oder mehrerer eigener Figuren aktivieren lassen. So können Gebäude errichtet werden, in denen die nötigen Ressourcen entrichtet werden. Gebäude bilden dann auf dem eigenen Tableau die eigene Siedlung und liefern eigene Effekte, wenn die entsprechende Reihe aktiviert wird. Boni bringen dann die Landschaften, die ebenfalls aufs eigene Tableau wandern, allerdings nur wenn kein Drache die Landschaft bedroht und je nach Kartenauslage erscheinen da zunehmend mehr. Diese lassen sich dann auch wieder durch den Einsatz von Siedlern bekämpfen oder auch langfristig fernhalten durch den Bau einer Festung, die gleichzeitig als Lager fungiert. Neben den Punkten, die die eigene Siedlung am Ende liefert, gibt es zudem noch die Möglichkeit, über Helden Punkte zu sammeln, die im Spiel zu sich eingeladen werden können. Das Spiel bietet auch eine Solo-Variante. Das Setting von Settlement gefällt Gabi gut, auch die gesamte Gestaltung. Das Spiel entpuppt sich auf den ersten Blick als Worker-Placement-Spiel, denn die verschiedenen Aktionen lassen sich nur mit eigenen Siedlern aktivieren. Diese jedoch sind begrenzt. Die Aktionen verursachen unterschiedliche Kosten, teilweise auch in direktem Zusammenhang mit dem, was die Konkurrenz so vorhat. Das ist also eine taktische Planung wichtig, wann ich welche Aktionen auslöse, zudem welche Synergien ich mir auf meinem eigenen Tableau erschaffe, denn da sind schöne Kombinationen möglich, die mir Ressourcen und Punkte bescheren. Die Symbolik ist aber leicht zu verstehen. Überhaupt sind die Regeln eher simpel. Dennoch ist es ein Spiel, das ich schon im Kennerspielbereich ansiedeln darf, zumindest im gehobenen Familienspielbereich. Dabei sind die Partien durchaus variabel gestaltet, sodass das Spiel auch langfristig Spaß macht, es sei denn, man spielt mit echten Grüblern am Tisch. Ja, man kann hier viel durchrechnen, wenn man das möchte, und das kann das Spieltempo dann ausbremsen. Ohne diese übermäßige Downtime heißt mit den richtigen Mitspielern gefällt Gabi Settlement wirklich gut, von daher vergibt sie insgesamt auch sehr gute 8 Kultpunkte. One of Us ist ein kooperatives Partyspiel und stellt uns stets vor die Frage, mit welcher Person am Tisch man das, was man auf der aufgedeckten Karte sieht, ein Zitat oder ein Bild am ehesten verbindet. Dazu besitzt jeder Farbkarten, die den verschiedenen Personen am Tisch zugeordnet sind. Geheim wählt jeder eine Karte aus, zum Beispiel von der Person, die am ehesten als handysüchtig bezeichnet werden kann, oder zu der das Zitat, ach, das war heute, am besten passt. Ja, wer am Tisch ist wohl der verpeilteste, was Termine angeht, hat jeder eine Karte gewählt, wird aufgelöst, die Gruppe erhält einen Punkt. Wenn auf eine Person die Mehrheit der Stimmen vereint wurde, streut die Meinung der Beteiligten dagegen zu sehr, gibt's keinen Punkt. Nach 15 Runden gewinnt die Gruppe, wenn mindestens 10 Punkte erzielt wurden. Ach ja, diese Übereinstimmungsspielchen sind ja ein gern gesehenes Konzept von Partyspielen, lockern sie doch oft größere Spielrunden auf oder können gar als Eisbrecher in solchen Runden dienen. Vielleicht eignen sie sich zum Kennenlernen, vielleicht auch, um mehr über die eigenen Freunde herauszufinden. Da gab's ja schon einige Spiele dieser Art, teils auch mit raffinierten Kniffen, anonymen Abstimmungen wie bei Privacy oder Rankings wie bei Fun Facts. Die Regeln von One of Us sind wirklich sehr simpel, rein spielerisch jetzt auch nichts Besonderes, keine große Innovation. Es geht einfach darum, ein Bild oder einen Satz einer Person zuzuordnen, mehr ist es nicht. Dabei zeigt sich, dass die Gruppe hier doch stark darüber entscheidet, ob Partystimmung am Tisch aufkommt. Mit den richtigen Leuten und in möglichst größerer Besetzung ist das Spiel auf jeden Fall kurzweilig, besonders wenn nach der Auflösung einer Runde hitzige Diskussionen entstehen, warum Person X die Mehrheit erzielte und nicht Person Y. Allerdings sind die Kartenvorgaben dabei von unterschiedlicher Qualität. Manche sind extrem harmlos, wie zum Beispiel das Schachspiel oder ein Segelboot, schnell zuzuordnen, wenn man sich einigermaßen gut kennt. Und dann gibt es aber auch solche, die Verstimmungen auslösen können. Wem am Tisch ordne ich am ehesten das Schwein zu? Besonders wenn man da nicht die besten Freunde am Tisch sitzen hat, kann das eine sehr oberflächliche Wahl werden, deren Ausgang man auch verkraften können sollte. Also nehmt das alles nicht zu persönlich. Insgesamt vergebe ich sechs Kultpunkte dafür. In meiner Rezension auf unserer Webseite stelle ich euch zudem noch Hausregeln vor, mit denen ihr das Spiel auch in kleinerer Runde, ja sogar zu zweit, interessant machen könnt. Und als Best of Meadow im Reich der Natur. Während einer Wanderung entdecken wir Tiere, Landschaften und finden den einen oder anderen Gegenstand. Mit den Wanderplättchen, die wir taktisch klug rund um den Spielplan platzieren, organisieren wir uns Karten und Sonderaktionen, die es zum Ziel haben, möglichst viele Karten in die eigene Auslage zu bringen. Dabei benötigen viele Karten bestimmte Symbole, um sie ausspielen zu können. Jede ausgespielte Karte verdeckt aber wieder die Karte darunter und so ist der Besitz von Symbolen ständigen Änderungen unterworfen. Zudem können Landschaften und Fundstücke entlang von Wegen ausgespielt und Paare an Symbolen auf Zielfeldern mit eigenen Bonusmarkern versehen werden. Ja, Meadow ist ein echter Hingucker, kann aber auch spielerisch was. Der Auswahlmechanismus für die Karten ist besonders trickreich. Das Timing ist hier wichtig. Das gilt auch fürs Ausspielen der Karten. Mit Boden- und Beobachtungskarten generiere ich einen Vorrat an Ressourcen in Form von Symbolen und die gilt es nun zu managen. Ausgewählte Karten bringen neue Symbole überdecken, aber bereits vorhandene, von daher ist die Reihenfolge wichtig, wann ich was wohin spiele, auch in Bezug auf die Zielplättchen. Und die Aktionsmarke haben zudem unterschiedliche Zahlen und Funktionen. Auch da muss ich schauen, welche Karte ich wie ergattern kann und welche Sonderfunktion mir besonders wichtig ist, denn jedes Plättchen ist nur einmal pro Runde verwendbar und in bester Worker-Placement-Manier sind auch die Einsatzfelder knapp. Mit bis zu acht Runden ist das Spiel dann schon recht lang und auch wenn ich grundsätzlich immer dasselbe mache, so erfordert das Spiel auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Spieler. Ein Spiel aus dem Bauch heraus wird nicht zum Sieg führen. Ich empfehle das Spiel vor allem spielerfahrenen Familien beziehungsweise würde es schon fast im Kennerspielsektor ansiedeln wollen. Wirklich toll ist, wie gesagt, die Optik, da macht das Spiel einfach alles richtig. Insgesamt gibt es von mir dann auch sehr gute acht Kultpunkte, gern mit Optik Plus und eine eigene Videoreview im Archiv unseres Kanals. Gern könnt ihr alles Gesehene auch noch einmal nachlesen. Auf unserer Webseite findet ihr gleich zum Start immer direkt alles Neue. Im Archiv steht es auch, viele Rezensionen zu Spielen der letzten drei Jahre und weitere Highlights. Klickt euch rein. Ihr fragt euch, was bei uns diese Woche auf dem Tisch landete? Na, diese Frage möchte ich euch beantworten. Neue auf Deutsch erschienen und das gleich in zwei Editionen, einer normalen und einer Deluxe-Version, Wonderlands War. Tja, Alice ist also zurück, aber das Wunderland ist zur tödlichen Gefahr geworden. So übernehmen wir in diesem asymmetrischen Spiel jeweils eine Fraktion, die zur Tee-Party des Hutmachers eingeladen ist. Was soll man sagen? Jabberwock ist außer Rand und Band. Die Herzkönigin will Blut sehen, also auf in den Kampf. Bei der Tee-Party bewegen wir uns um den Tisch, ziehen Karten, bauen Türme, sammeln Streitkräfte, verbessern die Anführer und rekrutieren Wunderländer. Aber Vorsicht, die Scherben des Spiegels sind auch im Wunderland verteilt. Im anschließenden Kampf müssen alle Kräfte gebündelt werden, um die Feinde zu besiegen. Wer da seine Wahnsinns-Chips verliert, scheidet aus dem Kampf aus. Ein Kampf, der sich wiederholen wird, denn gespielt werden insgesamt drei Runden, in denen auch das Erfüllen von Quests zum Sieg führen kann. Oak ist ein kniffliges Worker-Placement-Spiel, bei dem immer passende Karten zu den drei Tempeln gespielt werden müssen, um ihre Aktionen zu nutzen. Als Druiden brauen wir auf diese Weise Zaubertränke, aktivieren Gefährten, sammeln Artefakte, die wir mehrfach nutzen können und schicken unsere Druiden aus dem Wald in die magische Eiche, um dort Punkte und Boni zu sammeln. Wenn wir hingegen das Team der aktiven Druiden stärken, braucht es zunehmend mehr Schlafplätze und der Clou. Die Druiden lassen sich mit kleinen steckbaren Plastikverzierungen mit Sonderfähigkeiten bestücken, die sehr wertvoll sein können. In Beyond the Sun befinden wir uns im 23. Jahrhundert. Die Menschheit ist vom Aussterben bedroht. Nun werden neue Technologien entwickelt, um über das Sonnensystem hinaus zu reisen. Jede Fraktion ist bestrebt, ihren Anhängern ein neues Zuhause auf einem der Dutzend bewohnbaren Planetensystemen zu geben. Auf dem eigenen Aktionsplan werden verfügbare Aktionen ausgeführt und Ressourcen produziert. So werden dann Raumschiffe bewegt, Systeme kolonisiert, die Wirtschaft verbessert und neue Technologien erforscht, wo da eine bestimmte Anzahl an Errungenschaften erfüllt, gewinnt die Fraktion mit den meisten Punkten dieses gehobene Kennerspiel. In Windication hat es uns auf die Seite des Bösen verschlagen, doch wir möchten uns, wie der Titel des Spiels schon verrät, rehabilitieren, und zwar auf einer noch unerforschten Insel. Da bewegen wir uns zunächst, um Orte zu entdecken, die dann Aktionen mit sich bringen. Wir überführen unser Potenzial in Einfluss und vielleicht sogar in noch wertvollere Überzeugung, um uns in sechs verschiedenen Eigenschaften zu engagieren, naja, eigentlich erstmal nur in drei, dargestellt in den Grundfarben. Die weiteren Farben und somit Attribute lassen sich durch klassisches Mischen der Farben erzeugen. So heilen wir dann Gefährten an, von denen immer einer pro Spielzug aktiviert werden kann. Wir bekämpfen Monster, verschaffen uns zusätzliche dauerhafte Fähigkeiten und aufladbare Funktionen von Relikten. Jeder hat einen Spezialauftrag und erhält weitere Aufträge durch besiegte Monster. Das Spiel endet jedoch durchs Erfüllen der stetig ansteigenden Endgame-Trigger, die jede Partie, genau wie der Spielplan, und die vielen bereits mit enthaltenen Zusatzmodule inklusive Miniaturen verändern können. Knarr macht uns zu Anführern von Wikinger-Clans, die neue Gebiete erobern wollen. Um diese zu erkunden, stellen wir eine eigene Crew zusammen. Wird ein neues Mitglied angeheuert, werden alle Effekte von Crewmitgliedern mit demselben Symbol aktiviert. Dazu gibt's ein weiteres neues Mitglied. Oder die Möglichkeit, ein neues Reiseziel anzusteuern, an den Handelsposten Handel zu treiben, Belohnungen einzusammeln und schließlich auch das eigene Ansehen zu steigern. Denn nur so können wir unseren Platz in den Heldenliedern sichern. Dann The Great Split. Da tauschen wir untereinander Kunstschätze in Form von Karten aus, um auf den Leisten des eigenen Spielerboards voranzukommen. Unser Charakterplättchen liefert da Startressourcen und dann geht's darum, die einzelnen Leisten zu steigern, denn so lassen sich auf verschiedene Weise Punkte machen. Das geschieht durchs Teilen der Handkarten in zwei Hälften. Dieses Angebot überreichen wir stets unserem linken Nachbarn, der eine Hälfte aussucht und die andere wieder zurückgibt. Gleiches machen wir mit dem Angebot des rechten Nachbarn. Die so gewählten bzw. zurückerhaltenen Karten liefern dann Fortschritte auf den diversen Leisten, diese wiederum Bonusschritte und die Siegel am Spielende auch Multiplikatoren für die weiteren Leisten. Das Spiel ist im Art-Deko-Stil gestaltet. Er zurückgenommen ist nüchtern, aber doch elegant und spielerisch mit wunderbaren Emotionen. Eine Review gibt's als eigenes Video im Archiv unseres Kanals. Außerdem gab's erneut Age of Steam in der Deluxe Edition und zusätzlich mit den neuen Acrylplättchen. Nochmal in Kürze in dem Spiel treiben wir den Eisenbahnbau voran, müssen aber auch ökonomische Aspekte berücksichtigen. Wir verkaufen Aktien, um Geld zu erhalten, wir verbessern unsere Lokomotive, um zunehmend weitere Strecken zurücklegen zu können. Wir bauen neue Strecken, müssen sie bezahlen, schließen auf diese Weise verschiedenfarbige Städte ans Netzwerk an, um ausliegende Güter in passende Städte zu transportieren. Dabei entstehen Ausgaben, die entrichtet werden müssen und Vorsicht, wer mehr bezahlen muss, als er aufbringen kann, erleidet einen Bankrott und schallt aus dem Spiel aus. Gespielt wurden gleich zwei Partien und wie ihr seht, wurde es bei Blizzard of 77 diese Woche eisig. Tja, für Age of Steam gibt's viele verschiedene Maps. Und auch der Halbtitel Harmonies landete wieder auf unserem Tisch. Da bilden wir eine Landschaft aus Legesteinen unterschiedlicher Farbe, die für Gewässer, Städte, Felder, Bäume und Gebirge stehen. In jedem Spielzug wählen wir uns drei Steine aus und verbauen sie auf unserem eigenen Plan nach gewissen Legeregeln. Teils auch in unterschiedlichen Etagen. Außerdem gibt es die Tierkarten, die bestimmte Formationen belohnen. Wir können uns so eine Karte nehmen und die Felder neben den Siegpunkten mit Tierwürfeln belegen. In jedem Spielzug dürfen wir dann so viele Tierwürfel, wie wir können, wieder entfernen, sofern wir die Formation entsprechend erschaffen haben. Dabei muss aber immer der vorgegebene Stein mit einem Tierwürfel belegt werden und auch wenn die Legesteine grundsätzlich mehrfach für den gleichen Auftrag oder für verschiedene Aufträge genutzt werden dürfen, so kann ein einmal mit einem Tierwürfel belegter Stein nicht erneut mit einem Würfel belegt werden, um eine weitere Wertung auszulösen. Also gilt es, die verschiedenen Aufträge geschickt zu kombinieren und die Legesteine klug zu verschachteln. Eine ausführliche Videoreview gibt es separat auf unserem Kanal. Wenn ihr gern mal mit uns spielen möchtet, dann habt ihr jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr die Gelegenheit dazu. Kommt einfach nach Witten ins Ruhrgebiet, da gibt es unsere öffentlichen Spieletreffs. Schreibt einfach eine kurze Nachricht für mehr Infos. Noch nicht direkt nächste Woche, aber schon bald gibt es dann Rezensionen, unter anderem zur Neuheit Sand, zu Mithwind, zur neuen Duellvariante der Quacksalber von Quedlinburg und zur Homefarming, das Spiel von Judith Rakers und zu vielem mehr. Jetzt sind wir erst einmal gespannt darauf, welche Spiele die Spiel-des-Jahres-Jury dieses Jahr zum Spiel des Jahres, zum Kennerspiel- und Kinderspiel des Jahres nominiert. Am Dienstag werden wir es erfahren, eure Tipps könnt ihr aber gern schon mal in die Kommentare schreiben. Habt eine schöne neue Woche, bis zum nächsten Mal.